Hier sehen wir jetzt, das ist fast noch übersichtlicher als im Struktureditor, die Belastungen aus Eigengewicht, aus Wind, aus Nutzlasten. Die werden alle grafisch dokumentiert, so dass man das Ganze auch gut nachvollziehen kann. Und wir kümmern uns zunächst mal um die Eingaben und schauen uns an, welche Kästchen umrandet sind. Das ist die Wand selber, aber wo wir jetzt zum Beispiel keinen Rahmen sind, ist bei der Wand oberhalb. Die kennen wir ja gar nicht. Wir haben nur eine Wand übernommen, was oben drüber steht, wissen wir nicht. Da muss ich halt dann nachschauen. Ich weiß es jetzt noch, das ist die gleiche Wand und die gebe ich nochmal vor. Aber die regelt mir ja die Einspannbedingungen hier am Knoten, letzten Endes, was ich hier vorgebe. Auch die Deckenspannweite ist nicht vorgegeben. Gehen wir vielleicht nochmal zurück in das Strukturmodell. Und über Start kann man eine Strecke messen. Jetzt greife ich hier die Deckenspannweite nochmal ab. Da sehen wir 6,12 Meter ungefähr. Ah, ich habe daneben geklickt. Eigentlich sind es 6 Meter. Eine Spannweite von 6 Meter. Die übernehme ich an der Stelle und wir sehen noch, die Wand hat überhaupt kein Problem mit dem Nachweis. Aber jetzt muss man aufpassen. Wir haben bei dieser Wand, ja schauen wir vielleicht mal auf die Nachweise. Nachweis GZT und dort auf die Ausmitten. Wir haben überhaupt keine Ausmitten aus Deckendrehwinkel drin. Das sehen wir hier. Und woher kommt das? Wir haben aus dem Struktureditor Lasten übernommen und dort speziell aus dem V-Lastmodell. Und im V-Lastmodell sind alle Wände einfach gelenkig unter der Decke angeordnet. Somit kommen da zwar alle Vertikalkräfte an, aber es fehlen die Momente aus dem Deckendrehwinkel. Und für diesen Fall haben wir eine Option bei dem Lastabtrag eingebaut. Wir sehen hier Lastabtrag aus dem Strukturmodell. Und direkt daneben gibt es die Option Deckenlasten zur Ermittlung der Wandmomente. Und die geben wir jetzt ein, also das Eingewicht der Decken soll mitgenommen werden und auch die Last auf die Decken. GK, eine Ausbaulast auf unserer Decke von 1,5 Kilo Newton je Quadratmeter. Und QKN, noch eine Nutzlast auf die Decke, auch rechts oben, sagen wir von 2,8 Kilo Newton je Quadratmeter. Und diese Lasten, die werden ausschließlich benutzt, um das Einspannmoment hier oben am Wandkopf zu ermitteln. Wir können es auch mal anschauen. Wir können die Ausgabe der Bemessungsschnittgrößen grafisch einschalten. Finden wir dann hier. Aber diese Lasten werden vertikal nicht weitergeleitet. Also das ist eine reine lokale Last hier in der Position, um einfach nur die Bemessung sicherzustellen. So, und jetzt, das war ja fast nicht anders zu erwarten, bei einer Decke mit so einer großen Spannweite passiert jetzt das, was wir nicht erreichen wollten. Die Wand ist nicht mehr nachweisbar. Wir haben Überschreitungen, vor allem am Wandkopf geht die Ausmitte oder geht die Tragfähigkeit gegen Null. Und das liegt eben an der großen Ausmitte aus dem Deckendrehwinkel. Das kommt raus, wenn wir nach Eurocode 6, nach dem Hauptteil, den Nachweis führen. Es gibt aber im Eurocode 6 auch noch einen Anhang. Und in diesem Anhang gibt es ein alternatives Verfahren, wie wir nach genauen Verfahren mit dem Deckendrehwinkel umgehen können. Weil wir sehen hier eine Ausmitte von 13,9 cm. Das ist ja schon über die Wandmitte hinaus. Das ist nur eine 24er Wand. Das wäre ja bei 12 cm zu Ende. Das ist ja ein Fall, der ist relativ akademisch. Man kann sich ja vorstellen, die Decke, die liegt auf der Wand aus und dreht sich über die Kante. Aber sie liegt am Ende immer noch auf der Wand auf. Das heißt, die Ausmitte, die kann ja nicht aus dem Deckendrehwinkel zumindest, die kann ja nicht außerhalb der Wand liegen. Und wenn man solche Fälle hat, dann kann man auch so rechnen, dass man sagt, naja, wir nehmen die Wandkante und nehmen dort einen Spannungsblock, der genauso groß ist wie die Auflast, die von oben kommt. Und aus dieser Größe dieses Spannungsblocks rechnen wir uns die Ausmitte zurück. Das ist ein anderes Verfahren. Damit erreichen wir natürlich, dass wir noch eine Restfragfähigkeit der Wand erzielen. Wir müssen nur damit rechnen, dass bei dieser exzentrischen Belastung es zu einer gewissen Rissbildung kommt. Und man kann solche Risse durch bestimmte Maßnahmen, die auch im Eurocode beschrieben sind, vermeiden. Und dann sagen wir halt, diese Maßnahmen, die im Eurocode beschrieben sind, die wenden wir an. Damit dürfen wir dieses vereinfachte oder dieses erleichterte oder bessere Berechnungsverfahren verwenden. Und damit wäre jetzt an der Stelle die Wand auch nachweisbar. Und wir kriegen dann immer eine Ausnutzung von 1,0 hin, weil wir eben die Ausmitte im Prinzip aus dem Spannungsblock zurückrechnen. Denn wir gucken immer, wie breit muss der Spannungsblock werden, den wir aufnehmen, damit wir die vorhandene Kraft entsprechend aufnehmen können. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020